Du bist muslimisch und queer? Dann pass jetzt gut auf! Hi, ich bin Erwa von dem Gedanken Salat Podcast und darf dir heute die muslimisch-queere Beratung vom Liberal-Islamischen Bund vorstellen. Also, wie gesagt, wo du es muslimisch sozialisiert oder bezeichnest dich selbst als muslimisch und gehörst gleichzeitig der LGBTQ-Plus-Community an, dann bist du hier genau richtig. Der Lib bietet nämlich eine Beratungsstelle an, auch für Angehörige. Unter lib-ev.de findet ihr mehr Informationen und dort könnt ihr auch einen Termin buchen. Schaut jetzt vorbei! Und was ich natürlich noch erwähnen muss, alles wird vertraulich behandelt. Die Person, die berät, ist selbst queer und muslimisch und du kannst diese Beratung einmal begleitend mehrfach wahrnehmen, so wie deine Bedürfnisse sind.